ja hallo und herzlich willkommen hier bei Lenskatz 12 zu einem Special Video ja ich bin hier gerade in der Türkei Freunde an der Westküste und draußen sind es immer noch angenehme Temperaturen obwohl gerade die Sonne untergegangen ist Freunde und ja Coca Cola hat uns hier in der Türkei eine Special Edition rausgebracht ach ja das geht auch vom Getränk des Special Editions normalerweise kennen wir Coca Cola immer in diesem klassischen Cola Rot sag ich mal und diesmal gibt es sieben verschiedene Farben wovon ich gerade vier gefunden habe drei habe ich leider noch nicht gefunden bzw. noch nicht geholt deshalb ich wollte euch mal hier die Farben zeigen Freunde als erstes haben wir hier Cola in diesem ja das ist das Orange Metallic Orange ist eine dünne Dose zahlt 50 Milliliter wunderschön so dann haben wir hier eine etwas dickere Freunde das ist die Cola Form die wir eigentlich normalerweise immer trinken und kennen in einem Apfelgrün Freunde seht ihr hier ach schön kühl Freunde ja dann haben wir Coca Cola in Lila ja Lila Freunde und diese Farbe sieht ähnlich aus wie die Original Cola aber wenn man es so näher betrachtet ist es so ein rosa Freunde ja dann ist es noch so ein türkis glaube ich so ein türkis und noch andere Farben also normalerweise ist ja wie gesagt Cola immer rot auch in der Türkei ist es immer rot aber dieses Jahr sind Cola halt dieses Päpsel erlitten gebracht ja Freunde ja Sammler ist immer Sammler obwohl wenn wir DVDs sammeln oder Spiele sammeln oder Cola-Losen sammeln Sammler ist Sammlerfreunde ach schön kühl Freunde ich werde das gleich schön schlürfen ich hoffe das Video hat euch gefallen ich würde mich freuen wenn ihr wieder am nächsten Mal dabei seid ich hoffe siehst bye bye